und weiter geht's ja sieh gut aus okay wohin zum schiff schon wieder zu den kollegen und manche ja genau frisur hier anpassung also h siehst du schon ist der bart geschnitten da war nämlich doch gar nicht der zeigte den anderen egal so frisur die ist doch gewachsen oder was haben wir noch mehr haben wir nicht können dann bleiben wir dabei bärtchen hat sehr übel das sieht so kindlich aus ich weiß nicht oder ja wenn du mal den stoppen glatt bekommene sache schon näher okay habe ich gar nicht gesehen dass man noch was machen können wir machen das nur so weiter geht's da hast du fahrstuhl wo wir können mal eben warte mal wir sind doch da in das grüne ob das grüne ding nicht reingekommen war das nicht hier da mittlerweile wissen wir ja wie es geht da können wir da mal rüber jumpen ah nee das war doch die tür da oben aber die ist zu okay na dann machen wir weiter warum ist die zu so oh da waren wir auch noch nicht was gibt's hier das hat sich ja gelohnt fähigkeit punkt ansonsten aber natürlich alles zu ja okay ja hätte ja sein können dass wir da bisschen mehr abstauben können so was geht das gesicht sieht jetzt komisch aus vom keller jetzt wo wir organisiert sind hat es geschafft alarm greifen aus allen richtungen an sie wissen wo wir sind schafft eure leute weg ich halte sie auf solange ich was es tut mir wirklich sehr leid haben sie deine tochter entführt mein junge junge du musst das nicht tun hörst du den roboter geräte den man hätte reparieren können kannst du wieder in badern stecken das sieht ja aus wie 18 jahre finde ich auch sieht komisch aus voll merkwürdig komischer bart hier an die bad weg sieht aus wie ein richtiger jedi meister was haben wir denn noch für klamotten ist denn das sieht ganz cool aus ohne jacke ohne jacke hemmt hat so ein matrix style irgendwie dort ist finde ich ganz cool das hier so hose finde ich eigentlich in ordnung jeans wieso hat er den fahrstuhl mitgenommen der hätte doch viel mehr zeit schinden können ich bleibe stehen nein 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 können wir jetzt mit dem ding fahren doch geil geil und wie fährt man das einfach nach vorne drücken ok und jüngers die krawatten kämpfer tie fighter alter wenn da einmal so ein steinhaufen gerät ach verdammt das war ziemlich schlecht animiert gerade also sie es archiv action in your face okay aber schneller oder langsamer oder turbo ist nicht drin dementsprechend ist das dann einfach so lenken mäßig da wieder wie schlecht warum ist eigentlich gleich geflogen iron man wir haben gemeinsam dafür gekämpft und du willst es einfach so dem imperium geben ich werde es dem imperium nicht geben du hast meister kautover getötet du hast keine zeit für diesen kampf etwas schreckliches ist auf dem weg zum archiv höhe auf deine instinkte du weißt dass ich recht habe was hast du getan wenn du deine familie wirklich retten willst musst du sie da rausholen sofort was hast du ist er etwa ein jedi du bist nicht der einzige überlebende hat aber gut versteckt die ganze zeit hey 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 not with me oh bleib konzentriert ich bin viel mal konzentriert vorhersehbar haha Aua tut doch weh so kein kratzer steh auf spüre die macht in dir ein x-wing ein x-wing hat er sich tatsächlich verletzt kann ich ja gar nicht glauben ich bin tot warum ich bin tot hä was jetzt sind los jetzt bin ich sie er lassen er ist drücken um eine schützende barriere rund um sere zu erzeugen ok das ist unser zu hause verteidigt das archiv ein bisschen kämpfen kann die auch ein bisschen erfahrung sammeln ein bisschen erfahrung sammeln mhm da kommen immer mehr frage ich mich sollen wir hier bleiben oder sollen wir weiter gehen oder da geht es gar nicht weiter da vorne ok ist da gerade ein raumschiff durch die wände hier geflogen oder war das nur ein schatten oh 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 what the hell oh welches sich wo befindet können wir jetzt weiter oder 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 hoch naja ok dann müssen wir doch da rein ich kann die map nicht öffnen ok dann hinterher ach das ist ihr Dingenskirchen ok ich kenne eine abkürzung Platz zurück wir müssen den hangar bis zum abschluss der evakuierung halten machen wir warum ist die basis verteidigung nicht aktiv etwas stimmt nicht schalten wir sie aus was gibt es hier ich dachte da gibt es vielleicht loot aber ja dem war nicht so dem war nicht so ok ja wo ah hast du karl gesehen die lady hat gefehlt sie evakuieren so viele wie möglich alle mit diesen feriums auf ok nicht durch das haupttor brechen ok gehen wir mal gucken zurück hörst du auf mich zu schlagen So, hier kurz gucken Wir wollen da keinen Loot verpassen, ne? Nach oben? Ja, am besten mit so einer Kugel, würde ich mal behaupten Ah Oh, voll auf die 12 Schick Das ist okay Dann gehen wir mal gucken Sag mal, habe ich irgendwas, wo ich benutzen kann? Fähigkeitspunkte oder irgendwas? Ne, gar nichts Okay Kurz checken Oh Geht's nicht weiter Was ist das? Nichts Einfach Nichts So Hey, hey, hey Ah Erstmal rausholen Hm Ha, ha, ha Währenddessen gucke ich mal hier rein Ist nix Okay Danke, Maren Merigren Merigren Tug Ist die Schwester von einem Hobbit Ist auch nix Oh, ne Springt sie vorbei Die doof Und Nix Nix Nö Schon wieder Ja, aus Speicherkründen können wir das mal eben machen Nötig ist es nicht So Energie zu tanken oder sonstiges Es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen Und die Kontaktcodes Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen Genau Keinen Preis Hö Mach ich doch Sie öffnen das Tor Dann werden wir sie stoppen Da war nix, ne Nein Okay Dann gucken wir auf der anderen Seite Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu holen Das ist nur der Fahrstuhl Oh, mach mal auf hier So Bier Vollplekke So Der nächste würde Oh, mach' ich ist das hier lang nur kurz gucken da scheint jetzt keine mission zu sein wo man irgendwas einsammeln kann hier geht zum stress bleibt in der märz bis wir den hangar gesichert haben dass du die männis drängt sie zurück ich werde hier sterben wenn es sein kommt mal rein leute bei dem feuer ist mir das zu heiß es sind so viele hat vertrauen wir werden sie stoppen oh ja voll auf die biene geknallt noch einer klingers kommt davon da keine chance keine chance ich bin sicher es geht ihm gut wahrscheinlich hat er nur seinen kommling abgeschaltet sehr was jetzt wir fliehen bevor ihre hauptstreitmacht eintrefft dann werden wir uns am treffpunkt sammeln zuerst werde ich aber zurück ins archiv müssen die kontakt codes des versteckten pfads ich komme mit nein märin du musst hier bleiben und die mantis verteidigen bd geh mit dir halten sie sich bereit gries wir sind bald zurück hey sir kommen sie wieder sie schaffen das danke gries boob der meister oder die kontakt codes aus dem archiv hier aber nicht bd one ist bei mir wieso kann ich keine map öffnen na egal ok das archiv war hier zum glück kennen wir uns hier ja schon ein bisschen aus ne ich hoffe karl ist ok aber wir müssen uns beeilen noch haben wir zeit die restlichen anakoreten zu evakuieren und so viel vom archiv zu retten wie möglich wenn du noch einmal anakoret zu mir sagst was auch immer das bedeutet imperialisches schimpfwort oh die ganzen blu-rays rausgefallen bd1 bring das zum mantis wir sehen uns am treffpunkt wieder ich glaub da kommt jemand nein darf weder lang nicht mehr gesehen ich hatte gehofft ihr werdet auf nur ertrunken als wir unter wasserbasis gesprengt haben ihr täuscht euch wenn ihr tatsächlich glaubt dass eure taten irgendetwas geändert haben die festung hält stand die inquisition setzt ihre arbeit weiter fort und ich bin gekommen wenn schon dein stil echt darauf habe ich gewartet ich auch ich bin dein streamer oh digger what the hell ok greif du mich an schlag mich platz mich gib mir tiernamen oh urheberrechtsverletzung zumindest auf youtube ey kann ich ja auch alter der hat einen griff der hat einen griff hört sich gut aus ey digger ach so eigentlich wollte ich Zeit drüber machen mal ey ihr seid stärker geworden nein Ich hab mich nur von meiner Angst bloßgesagt. Genau. Ich glaub, der hat ein Problem mit mir. Ja, steh auf, Digga. Der ist nie im Leben tot. Da. Es ist ein Prank. Oh. Wie schon verbrannt. Nur leicht. Au, au, au. Danke. Muss ich nicht so weit laufen. Noch Fragen? Der Vader. Da. Jetzt aber. Voll vorbei. Warum hast du mich nicht getötet? Ich bin dein Streamer. Oh, verstehe. Er hatte sein Rohr auch ausgefahren. Keller ist wieder da. Kerl. Keller, Keller. Wo warst du nur? Trader. 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 Tü-tü-n. Untertitelung des ZDF, 2020